Plan Terrarium bei Eschert Design So gestalten Sie Ihr Pflanzenterrarium. Benötigtes Material, Trichter, aufgerolltes Stück Papier. Beginnen Sie mit einer Drainagelage von ca. 2 cm. Verteilen Sie die Steine mit der kleinen Hake. Aktivkohle hinzufügen. Terrarium Erde hinzufügen. Geben Sie so viel Erde in die Flasche, dass die Pflanzen leicht eingepflanzt werden können. ca. 5-7 cm. Pflanzen einsetzen. Machen Sie mit der Teleskopschaufel aus dem Geräteset ein oder mehrere Löcher und platzieren Sie die Pflanzen in diesen Löchern. Haken Sie danach die Erde wieder zurück, sodass die Wurzeln der Pflanzen bedeckt sind. Wässern. Halten Sie die Tülle der Gießkanne gegen die Innenseite der Flasche, während Sie die Flasche einmal um die eigene Achse drehen. Flasche ruhen lassen. Lassen Sie die Flasche in der ersten Woche nach dem Befüllen offen. In der zweiten Woche wird der Korkenhalb auf die Flasche gelebt. Wenn sich nach ca. 2 Wochen kein Kondenswasser in der Flasche mehr bildet, kann die Flasche verschlossen werden. Viel Spaß mit Ihrem hausgemachten Pflanzen-Terrarium. Pflanzen-Terrarium Bei Esser Design Bei Esser duration Geiden Bei Esser Esser Gor